Ja, hallo liebe Minecraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Let's Play-Folge oder Let's Play-Reihe. Ja, Let's Play-Reihe. Und zwar, wir beschäftigen uns mal mit dem Thema Happy Wheels. Ja, ich hatte erstmal vor, die normalen Level zu spielen. Und danach vielleicht mal die Browser-Levels, wenn es mir hier etwas langweilig geworden ist. Ja, und hier dieses Prehistoric Pilgrim schon gespielt. Es ist langweilig. Und ich hatte jetzt mal vor, dieses Crime City hier zu spielen. Ja, das lesen will ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, einfach mal los schliegen. Ja, spielen wir drei Stück und... Ja. I'll be waiting for you at the bank. I will place a bomb so we can get in and steal the money. Press space to start the engine. Jo, um... Okay, also, wir müssen keine Leer-Taste drücken. Jo, let's get it out here. Putting the car's front wheel on a sewer for five seconds can activate here. Okay. Alles gut. Slow. Um, you can continue straight or turn left. So continue straight for the perfect light to come. Jo, okay. Fahren einfach mal weiter. Weiter. Wir müssen uns zu tanken. Wollen wir tanken? Nee, müssen wir nicht. Okay. Ich will da hochfahren. Ja, es bleibt anscheinend rot. Ja, das ist halt ja klasse, funktioniert. Und wir geben einfach weiter Gas. Vielleicht nicht mehr so viel, aber... Wir geben immer noch Gas. Ja, das... Es geht. Warum brichst du dir den Nacken? Nee, nee, das... Das will ich jetzt einfach nicht mehr. Renaissance Revager. Mit dem Segway-Guy. Ach ja, ich... Ich will noch mal andeuten. Ich nehm als Hauptcharakter hier den Segway-Guy. Und der bleibt jetzt da einfach mal hängen. Jo, was will man mehr hier? Ein... Ein Fahrradfahrer? Äh. Ein Segway-Typ, der alles drauf hat. Aber nix kann eigentlich. Pop. So nauf. Pop. In your face. Okay. Jo, was gibt's bei mir zu erzählen? Ähm... Ich hatte vor... Mit... Demarco... Ähm... Neue Welt haben wir schon angefangen. Und wir wollen noch... Nochmal anfangen. Beziehungsweise die Welt, die wir jetzt, äh, neu gemacht haben. Die... Da sind wir eigentlich schon ganz weit. Haben zwar noch keine Diamanten sind, aber noch ganz schön weit. Aber, ähm... Ja, äh, wir wollen die dann als Let's Show machen. Ja, und mal gucken, wie das so wird. Wird bestimmt ganz nice. Hier mit unseren Connections und so, ne? Hier mit unseren Connections und so, ne? Man, das ist doch scheiße. Ähm, ja, also ich spiel die Level nicht wirklich weit. Weil, äh, ja, ich bin... Bisschen gestresst, bisschen Zeitraum, alles hier so... So und so, bisschen scheiße, alles. Und ich bin gestorben. Schön. Ja, da sind wir gestorben. Ich versuch wenigstens das Level. Das Level ist lustig. Und ich versuch das mal so ein bisschen weiter zu spüren. Boah, nee, oder? Warum gibt der nicht Gas? Einfach mal Gas geben, Mann. Backflip. Wheelie. Mit Wheelie geht alles. Ja, sag ich doch. Wheelie. Junge. Pam. Nein. Neeein. Beetle Wheelie. Oh, yeah. Haben wir es doch noch geschafft. Pokémon. Oh, nee, das mag ich nicht. Da nehm ich hier mal Chaos City. Und gleich mal den Segway-Guy. Okay. Blum, blum, blum. Äh, joa. Wo sind wir hier? Too Fat. Okay. 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 Killer Move. So, ja, so. Warum will sie dich denn töten? Das geht's mir nicht. Und ich komm nicht weiter. Ach, da liegt ja sogar Scheiße in dem, in dem Toilette. In der Toilette liegt ja sogar Scheiße. Das ist ja interessant. Ich will doch nur in die Toilette kommen. Bam, bapapam, bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Achja, haben sie hier versucht Äppel zu faken, ne? Nein! Ich bin gestorben! Naja, Karthief, das kenn ich auch nicht und das möchte ich auch mal erfahren hier. Ey, bist du Gangster? Bist du ja mal so richtig Gangster? Die haben ein Auto geklaut. Was geht's um mich? Lass mich weinen. Boah, für den Move. Warum auch immer? Boah, das war aber ein schlechtes Level eigentlich. Haunted Mensch. Okay. Hallo? Was geht so nicht? Dr. Cain? Dr. Cain willst rauskommen? Hey! Hallo? Geht doch. Ne. Pumpkin. Ja, Leute. Fertig ist ein bisschen zu fett gefressen, ne? Ach mein Gott. Blut. Blut. The Wine Killer. Erinnert mich so ein bisschen an Realm of the Mad. Gott, könnte ich ja auch mal spielen. Ist ein ganz geiles Spiel. Okay. Und ja, also, dafür kann ich euch auch mal erzählen. Und zwar... Manche kennen das ja vielleicht. Die, die es noch nicht kennen. Ja. Kein Zuhör. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Und zwar... Oh. Fertig gemacht. Von der Move. Und zwar in Realm of the Mad, Gott. Geht es darum, seinen Charakter so hoch wie möglich zu leveln. Das Problem dabei... Also, ja. Hier, ne? Eigentlich jedem Spiel. Role-Playing-Game. Ja. Ist das überall so? Allerdings ist da das Problem. Ähm. Mit Level... Äh. Ja. Das Problem dabei ist, wenn man einmal gestorben ist, ist man für immer tot. Und, ähm... Ja. Dann... Gibt's... Ein ganz interessantes Level-System. Und zwar, ähm... Man kommt bis Level 20. Und danach gibt's nur noch Fame. Und das ist ganz schön schwer. Ja. Und... Ja. Vielleicht spiel ich das ja mal. Mach mal eine Folge. Vielleicht aber nur so als Gelegenheit spielst. Wie Happy Wheels. Wie Happy Wheels. Und, äh... Von Minecraft. Wegen den Folgen. Das Problem dabei ist, ähm... Mir ist die Camtasia-Lizenz abgelaufen. Und so hab ich mir gedacht... Okay. Ich kauf mir einfach Camtasia. Und... Ja. Dann hab ich das gemacht. Und... Da gab's halt ein Problem. Das Problem war... Ähm... Meine... Mein... Mein... Mein Camtasia meint. Den Key. Der wäre angeblich schon vergeben. Ähm... Und ich dann so... Okay. Was nun? Hab ich mich mal im Internet empfangen. Und die meinen so... Ja, musst du mal hier Support und sowas anfangen? Hab ich mir gedacht. Ne. Lass ich mal lieber. Frag ich meinen Freund. Und, äh... Der Freund... Meines Freundes? Nein. Ähm... Der Freund... Der hat mir dann, ähm... Camtasia... Oder hat mir sein... Sein, ähm... Sozusagen... Den Key gegeben. Und, ähm... Und, ähm... Dass, äh... Wenn ich ein Video aufgenommen hab und eins hochladen wollte... Meint Camtasia mal wieder... Ja. Ab 50%. Ähm... Das Video wär nicht gültig. Also... Zumindest meint er dann, Camtasia funktioniert nicht mehr. Da hab ich mir auch wieder nur so gedacht. Ja. Woran könnte das natürlich noch liegen? Und, ähm... Ja. Dann hab ich halt mal so ein bisschen gegrübelt und gegrübelt. Hab überlegt. Woran könnte das eigentlich liegen? Und... Dann hab ich mir eigentlich nur so gedacht... Äh... Ja. Ich nehm einfach mal... Ich frag einfach mal im Internet rum. Und, ähm... Ja. Und so kam das dann halt. Und... Ja. Und dann waren da halt so ein paar Informationen. Informative Informationen. Und... Ja. So... Funktioniert das noch nicht. Und, äh... Ich seh grad auf der Uhr... Es ist schon soweit. Und ich muss weg. Nach wohin. Und... Ja. Wir sehen uns dann irgendwann mal in der nächsten Folge. Wahrscheinlich Minecraft. Allerdings könnten wir auch remove the mad crotch. Ja. Wir werden's einfach mal sehen. Tschüssi und bis... Irgendwann mal. Ja. 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 Ja.